ja hallo willkommen zum zweiten teil unserer radreise auf dem bergischen panorama radweg ja wir sind noch im zelt es hat die ganze nacht durchgeregnet versuchen jetzt hier im zelt das nötigste zusammen zu packen weil um neun uhr soll der ganz große regen kommen bis dahin wollen wir zumindest alles abgebaut haben und ja das wird halbwegs halbwegs trockene sachen eingepackt kriegen wir haben jetzt ganz schnell unsere sachen abgebaut mani hat sich noch bei den nachbarn eingeladen kaffee zu trinken ja wetter soll auch den ganzen tag so bleiben ja gucken wir mal wir fahren erst mal los gucken ob es schlimmer wird oder nicht ja 8 54 sind wir da noch gut in der zeit ja passt doch ist doch offen naja ist doch offen sage ich ja hier so direkt an der wuppe ist schön ne jetzt kommt die stelle wo wir schieben müssen mani jetzt ja jetzt Hat doch besser geklappt als gedacht, oder? Da geht es einfach. Ja. Ah, hier. Guck mal. Manni, wohnen wir noch hoch zur Burg? Äh, irgendjusel. Nee, auf keinen Fall. Ja, kleine Frühstückspause hier unter den Bäumen, es schüttet ganz ordentlich jetzt. Selbst unter den Bäumen. Ja. Ja, mal gucken. Wir werden ein paar Minuten warten, vielleicht hört es ein klein bisschen auf. Ähm, ja. Ansonsten, der Platz bei Sonne wäre der super hier, ne? Mit der Bank direkt am Wasser. Ja, heute ist es leider nicht ganz so idyllisch, wie man das gerne hätte. Ja. 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 Ja, gucken wir mal. Ja. Ja. Das ist die Schwebelfähre. Ja. Ja. Wie funktioniert die? Aha. Ja. Ja, wie geht das denn da? Ja. Hier ist jetzt die Schwebelfähre über die Wuppa, aber die Fähre steht da drüben. hier steht selbstbedienung fähre ja sieht aber nichts dass geschlossen ist die tür ist auch offen beförderungsbedingungen bei regenwetter frost sturm starker hitze kein fährbetrieb das ist ja super aber ist auch toll dass man hier den radweg fährt und kein schild ist dass die fähre nicht funktionieren wir suchen immer noch nach einer alternative laut meinem handy wird irgendwo hier weitergehen auf der seite der wuppe aber so wie es aussieht ist da kein weg da ist er ja da werden wir schieben müssen ist das eine andere alternative aber warum haben wir denn nie eine radtour ohne kurbische wege ja mani hatte die brücke gesehen, sagte die ist nicht weit. ja stimmt die ist direkt hier vorne. nur leider 50 meter über uns. und eine reine eisenbahnbrücke manami hat mich jetzt auch mal oben nicht die straße gebraucht. ja die muss ja gleich irgendwann kommen müssen nur die treppen rauf an der brücke so wir sind jetzt hier direkt unter manis versprochener brücke hier ist eine, nicht gelogen. wow der geht glaube ich ein wenig rechts rauf. nee wir fahren jetzt parallel zu dem und der kommt runter und wenn wir uns umtreffen sind wir drauf. ok dann sollen wir zu zweit schieben? ich habe meine schulheilfe an hier oh oh der kommt noch nicht wieder zum fügel, wir sind seitdem nicht schneller michael oh ja oh ja oh nein ich habe mit habe ich tatsächlich mit, aber den großen baumstab wird er mir nicht durchgesicht kriegen ja die straße ist immer weit weg die ist da vorne okay ja die straße haben wir gefunden, die ist da vorne aber problem 394 hier ist ein baum umgestürzt und liegt quer über dem weg es gibt nur eine möglichkeit entweder hole ich jetzt meine säge raus und wir sägen die durch ich stelle mal mein fahrrad ab oh hält das? michael hat er? sag mal ich guck mal eben da oben wir gucken uns ja mal vom nach oh voll nicht zu spät ein bisschen glatt hier hast du dich aufgenommen michael? ja natürlich das ist gut ja wir können höchstens versuchen da oben rum und da wieder durch ja ja ich würde sagen müssen wir zu zweit machen ja Oh, was für eine Aktion. Aber das Schlimme ist, da hinten auf dem Weg liegt schon der nächste Baum. Den kriegen wir nicht. Ja, ich wollte ihn nicht raus, aber da ist nichts gelegen. Ja, hilft alles nichts. Wir kriegen die Bäume nicht weg. Okay, wir haben jetzt die Fahrräder abgefuckt und werden die jetzt rüberheben. Oh, das ist der Tor. Hättet ihr mal wieder zu oder zu schon ab, oder? Ja. Ja. Okay, das ist ganz hoch. So, ja, jetzt geht's zur nächsten Aktion. Oh, das sieht aber scheiße aus, ne? Oh, der ist aber groß. Oh, die Pois... Und du kannst du selbst erzählen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht es nicht weiter Oh nein, da ist der Weg, auf den müssen wir Und wir kommen, entweder müssen wir hier hoch und da geht es nicht durch Ich gucke mal kurz hier Keine gute Idee Da geht es auch nicht besser, da musst du erst wieder runter und wieder rauf Gucken wir mal, wie das hier aussieht Hier ist der Weg Aber hier kommt Kein Weg hoch Oh Gott Nein, mit Taschenkasse die nicht hoch Also Wieder abpacken Ich habe meine Tasche noch gar nicht festgemacht So, jetzt haben wir es geschafft, hoffe ich Wir sind oben Packen die Taschen jetzt zum dritten Mal drauf Da unten war der Weg Da ging es ja nicht weiter Und jetzt sind wir wieder hier Auf dem Hauptweg Ja, ab hier soll alles wieder besser laufen Und die Bremsen sind nass Ja, ab hier bin ich Jetzt sind wir wieder auf der Tour. Wir haben jetzt hier unter einer kleinen Brücke kurz Schutz gesucht und haben uns einmal komplett neu eingekleidet. Die anderen Sachen waren jetzt durch und dann wurde es dann doch kalt. Jetzt geht es da vorne links und ich auf dem Panorama Radweg weiter. Ja, es hört nicht auf zu regnen und ja, wir haben jetzt hin und her überlegt, wir werden jetzt nach Solingen, jetzt im Hauptbahnhof fahren und werden die Tour abbrechen. Der nächste Bahnhof wäre erst in 15 bis 20 Kilometern. Bis dahin sind wir erneut durchnässt und macht ja keinen Sinn. Oder wärst du gerne weiter gefahren? Nee, wenn wir jetzt sagen würden, das sind wir geboten, ne? Ob wir hinter da sind, ist es blau und weg. Wie gesagt, wir sind die Highlights der Tour verpasst bei dem Wetter. Ja, und jetzt nur der Kilometerweg da durchrasen. So, wir haben den Bahnhof Solingen mit erreicht. Wir brechen die Tour jetzt hier ab. Den Rest holen wir irgendwann mal in der Tagestour nach, wenn das Wetter besser ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Marysel 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 Vielen Dank.